Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen True Crime hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Yay! Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie gar keine Werbung für mein Instagram mache. Deswegen einmal hier Eigenwerbung. Wer Lust hat, kann mir gerne auf Instagram folgen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen würden. Ich bin da echt megamäßig aktiv. Wirklich, Leute, megamäßig aktiv. Also schaut gerne vorbei und folgt mir. So, Leute, jetzt habe ich aber genug gequasselt. Wir starten mit dem Fall, den ich euch mitgebracht habe. Heute möchte ich mit euch über den Fall von Stacey Kester sprechen. Stacey Kester hieß nicht immer Kester mit Nachnamen, sondern sie ist geboren als Daniels. Sie ist genauer genommen am 24. Juli 1967 geboren und zwar in New York. Ihr Elternhaus war recht normal. Also sie hatte keine schlimme Kindheit. Sie ist ganz normal aufgewachsen und es gab jetzt nie großartige Probleme oder so. Und Stacey war sehr wissbegierig. Also sie wollte wirklich immer alles, alles wissen. Ihr Wissensdrang, kann man schon fast sagen, war wirklich extrem und penetrant. Also sie hat ständig Fragen gestellt. Wie geht das? Wieso ist das so? Warum ist die Banane krumm so ungefähr? Also sie hat alle möglichen Fragen ihren Eltern gestellt und alle Menschen damit voll gelöchert. Bis hin, dass ihre Eltern gesagt haben, es ist zu viel, weil es wirklich schon, ja, in ein schwieriges Ausmaß ging. Also dass sie wirklich nur noch gefragt hat und auch wütend wurde, wenn sie keine Antwort bekommen hat. Dass sie eine Regel gemacht haben, dass sie nur noch drei Fragen am Tag fragen darf. Ich weiß nicht, wie lange diese Phase ging und ob das jetzt ab dann immer so fortgeführt wurde. Aber es war wohl eine Weile so extrem, dass sie diese Regelung auch stellen mussten. Also Leute, es ist ja klar, Kinder fragen viel und sie wollen die Welt erleben. Sie wollen die Welt kennenlernen und sie sollen auch Fragen stellen. Aber es war wohl wirklich schon so extrem, dass wenn Stacey ihre Eltern etwas gefragt hat, worauf die Eltern vielleicht auch mal keine Antwort direkt hatten und die dann gesagt haben, darum oder es wirklich um Sachen ging, die ja jetzt nichts mit Wissen zu tun haben, sondern sie hat einfach alles mögliche hinterfragt. Jeden Handgriff der Eltern und dann sagt man halt irgendwann als Elternteil auch mal, darum, ich habe das jetzt darum hochgenommen. Aber Stacey hat das einfach nicht akzeptiert. Sie hat immer weiter gefragt und gesagt, nein, darum ist keine richtige Antwort auf meine Frage. Und ja, das war wirklich schwer für die Eltern. Deswegen haben sie dann irgendwann halt diese Regel aufgestellt. Stacey war ziemlich wissbegierig, wie ihr heraushören konntet wahrscheinlich. Und sie wusste auch schon so ungefähr, was sie mal beruflich später machen möchte. Und zwar wollte sie gerne im Gericht arbeiten oder irgendetwas, was damit zu tun hat. Also diese ganze Thematik hat sie total interessiert. Und für sie war klar, in die Richtung möchte sie dann später auch mal gehen. 1985, im Alter von 17 Jahren, lernt Stacey ihren späteren Mann Michael Wallace kennen. Drei Jahre später heiraten die beiden. Es ist einfach die große Liebe. Sie sind sehr, sehr glücklich. Und dann kriegen sie auch ihre erste Tochter, Ashley. Anschließend folgt auch noch ihre zweite Tochter namens Brie. Die kleine Anmerkung hat zwar nichts mit dem Fall zu tun, aber bei dem Namen Brie ist mir direkt die Schauspielerin von Desperate Housewives irgendwie in den Kopf gekommen oder ins Gedächtnis gerufen worden. Und ich muss sagen, der Name ist so selten, aber die kam mir sofort in den Sinn. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, seid ihr auch Desperate Housewives-Fans? Ich liebe es wirklich so, so sehr. Ist ja auch so ein bisschen Richtung Crime, also jetzt nicht so wirklich und auch keine wahren Geschehnisse. Geschehnisse, aber ja, wer die Story kennt, weiß, was ich meine. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Als die Kinder dann älter wurden, merkte man ganz klar, dass Michael seine jüngere Tochter Brie auf jeden Fall bevorzugt. Also er hatte eine stärkere Bindung einfach zu ihr als zu Ashley. Ashley hingegen war mehr mit ihrer Mutter Stacey. Und ja, die Familie war so ein bisschen wie so gespalten. Also es war schon nicht so einfach für Ashley, damit immer umzugehen. Außerdem entwickelte sich die Ehe von Michael und Stacey in eine nicht so schöne Richtung. Michael fing an, ziemlich viel zu trinken und auch Substanzen zu nehmen. Er betrügt Stacey regelmäßig mit unterschiedlichen Frauen. Und ja, Stacey bekommt davon auch Wind. Allgemein wird die ganze Situation immer schlechter zwischen den beiden. Und sie entscheiden sich, sich zu trennen. Trotz dieser Trennung entscheiden sie sich dazu, das nächste Weihnachten noch zusammen zu feiern. Um als Familie nochmal richtig zusammen zu sein. Und ja, nochmal gemeinsam Geschenke auspacken. Gemeinsam dieses Fest der Liebe zu feiern. Und ja, nochmal den Kindern das Gefühl zu geben, dass ein Zusammenhalt besteht. Doch dann kam alles anders. Michael wurde in der Zeit vor Weihnachten, also im Dezember, sehr, sehr krank. Er wurde immer schwächer und er sah nur noch aus wie eine leere Hülle. Wie ein richtiger Geist. Er war, ja, gar nicht mehr er selbst. Und er ging zum Arzt. Der Arzt sagte, er hat eine Mittelohrentzündung und er soll diese auskurieren. Michael hörte auf den Rat seines Arztes. Er ging wieder nach Hause, er kurierte sich aus. Zwischendurch hatte er auch so Phasen oder ein paar Tage, wo es ein bisschen besser war und es langsam wieder bergauf ging. Aber dann war es auch wieder so, dass es ihm danach viel, viel schlechter ging. Also es war irgendwie dann doch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, was seine Genesung angeht. Auch seine Freunde und seine Familie und Bekannte sagen ihm immer wieder, Michael, geh zum Arzt. Du bist gar nicht mehr du. Es wird immer schlimmer mit dir. Das kann so nicht weitergehen. Aber Michael hörte wohl nicht so wirklich auf die Freunde und ging jetzt deswegen nicht mehr weiter zum Arzt. Stattdessen pflegt ihn seine Nochfrau Stacy, so dass er überhaupt ein wenig Essen und Trinken bekommt, denn er wäre selber gar nicht in der Lage dazu, sich überhaupt um sich selbst zu kümmern. Und ja, Stacy nimmt ihre Kraft zusammen und möchte ihrem Mann unbedingt helfen. Doch auch all die Kraft und all die Mühe, die Stacy in die Pflege ihres Mannes steckt, helfen nicht. Michael verstorbt am 11. Januar 2000. Die Ärzte vermuten einen Herzinfarkt und Michael wird beerdigt. Drei Jahre später, nachdem die Familie dieses furchtbare Schicksal erleben musste, findet Stacy ihr neues Glück. In der Liebe. Sie lernt David Caster kennen und die beiden heiraten. David Caster hat bereits einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe, denn er war so wie Stacy auch schon mal verheiratet. Seine Ehe ist gescheitert, so ähnlich wie bei Stacy. Und ja, er hat schon einen erwachsenen Sohn. Daher macht er es ganz deutlich, dass er nicht die Vaterrolle für die beiden Töchter von Stacy einnehmen möchte, also für Ashley und Brie. Er ist total strikt dagegen und sagt, nein, er hat einen Sohn, er braucht nicht mehr Kinder. Aber das Zusammenleben funktioniert soweit dann doch auch. Also sie leben schon relativ harmonisch zusammen, sind jetzt aber keine Bilderbuchfamilie, würde ich mal so sagen. Zumindest habe ich jetzt nichts anderes darüber lesen können, dass es irgendwie dadurch extreme Schwierigkeiten gab oder so. Also die Mädels waren ja auch schon so ein Teenager-Alter, also die haben auch so langsam ihr eigenes Ding gemacht. Außerdem ist David Caster Heizungs- und Klimaanlagen-Monteur. Er ist sehr perfektionistisch und er liebt seine Arbeit. Er ist recht erfolgreich damit und ja, verdient ganz gut. Also man kann sagen, die Familie ist finanziell gut abgesichert. Also sie stehen recht gut da. Doch dann verstirbt der Vater von David und das nimmt ihn wirklich sehr, sehr mit. Er stand seinem Vater wohl extrem nah und ja, es riss ihn den Boden unter den Füßen weg. Er fing an, sich zurückzuziehen. Das Ganze ging sogar so weit, dass Stacey den Notruf wählen musste. Es gab wohl auch einen Streit zwischen den beiden und David war ziemlich stark angetrunken die letzten Tage. Das Ganze hat sich hochgeschaukelt, sie kann ihn nicht so einschätzen, sie findet ihn unberechenbar. Er ist trauernd wegen seinem Vater, aber andererseits auch so stark alkoholisiert. Sie weiß nicht genau, ob er sich selber vielleicht was antun könnte oder der Familie. Außerdem hat er noch ein Gewehr im Schlafzimmer und ja, sie ist total aufgelöst und sie möchte einfach nur, dass die Beamten kommen und helfen. Die Beamten kommen vorbei und Stacey ist natürlich immer noch total aufgelöst. Sie macht sich super große Sorgen, was mit ihrem Mann ist. Er ist seit Tagen nicht mehr aus dem Zimmer gekommen, er antwortet ihr nicht mehr. Und die Beamten finden eine verschlossene Schlafzimmertür vor und fragen Stacey, ob sie diese aufbrechen dürfen. Stacey gibt das Go und die Beamten treten die Tür ein oder brechen sie auf. Ganz genau weiß ich nicht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Auf jeden Fall sind sie in das Schlafzimmer gekommen und haben etwas ganz Furchtbares vorgefunden. David liegt unbekleidet und ausgestreckt auf dem Bett mit dem Gesicht nach unten. Und sein Kopf oder sein Körper, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das den Quellen entnehmen soll, war so an die Wand angelehnt. Ist aber auch nicht so weit jetzt wichtig für den Fall. Er hat sich wohl übergeben, denn das ganze Bett ist voll mit Erbrochenen. Auch neben dem Bett und ja, es scheint ihm wirklich überhaupt nicht gut gegangen zu sein. Er ist leider leblos. Der Notarzt kann ihm nicht mehr helfen und Stacey ist einfach so panisch. Sie ist richtig hysterisch. Sie ruft die ganze Zeit, nein, das kann nicht sein. Er muss noch leben, das kann nicht sein. Und die Beamten müssen sie erstmal irgendwie runterholen und beruhigen. Anschließend sichern die Beamten den Tatort. Und sie finden neben dem Bett auf dem Nachttisch zwei Gläser. In dem einen Glas ist auf dem Boden noch so ein Rest von dem Getränk, was David wohl getrunken hat. Und in dem anderen Glas ist eine grüne Flüssigkeit, die wirklich quietschgrün ist und den Beamten sofort auffällt. Sie wissen erstmal nicht so ganz, was das sein soll und entnehmen davon eine Probe. Also sie stellen das Ganze sicher und schicken das ins Labor. Bei diesen Untersuchungen können sie feststellen, dass diese grüne auffällige Flüssigkeit Frostschutzmittel ist. Frostschutzmittel kann tödlich wirken, wenn man es beispielsweise trinkt. Da drin ist ein Bestandteil. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich werde euch sonst einfach eine Definition oder irgendwas, was ich bei Google, Wikipedia oder so finde, einblenden, um das Ganze so ein bisschen zu erklären. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall können sie dieses feststellen und finden das sehr seltsam. Denn das ist eigentlich nicht so der gängige Weg, sich selbst das Leben zu nehmen, weil es wirklich hart ist. Denn, ja, wie soll ich sagen, man übergibt sich mehrere Stunden, einem geht es wirklich elendig. Es ist ein sehr langer Leidensweg, bis es dann vorbei ist. Und das könnte ja eine Person, die ihr Leben verlieren möchte oder aus dem Leben gehen möchte, weil sie einfach nicht mehr weiter weiß, auch anders lösen. Versteht mich da bitte nicht falsch, aber sie hätte auch einfach zur Waffe greifen können, beziehungsweise er. Und das finden die Beamten einfach merkwürdig. Sie sagen es auch so und erzählen, dass sie es einfach komisch finden, dass eine Person sich dazu entscheidet, anstatt, ja, kurz einen Prozess zu machen. Es ist nicht meine Ansicht oder irgendetwas, aber es gehört zu der Geschichte. Deswegen wollte ich es unbedingt euch auch so sagen. Und, ja, daher fangen sie an, etwas genauer zu ermitteln. Einer der Ermittler findet etwas sehr Interessantes in dem Mülleimer, in der Küche, in dem Haus der Familie Kester. Und zwar eine Bratenspritze. Die ist sehr interessant, denn an dieser waren so grüne Flüssigkeitsreste. Das war schon mal sehr interessant. Später stellt sich heraus, es war Frostschutzmittel. Genauso wie in dem Glas, was sie auf dem Nachttisch gefunden haben. Und an dieser Bratenspritze war vorne die DNA von David Kester dran. Das bedeutet, er hat wohl irgendwie aus dieser getrunken. Und das macht gar keinen Sinn. Warum sollte er selber daraus trinken, wenn er da eh ein Glas stehen hat und es auch trinken könnte? Und das fanden die Ermittler genauso merkwürdig, wie ich es finde. Und daher haben sie noch genauer hingeschaut. Die Frau von David, also Stacy, sagte ja beim Notruf, dass ihr Mann ziemlich viel getrunken hat in den Tagen vorher. Doch die forensischen Untersuchungen widerlegten das. Er hat nicht getrunken. Sie konnten keine Reste davon nachweisen. Und hier kommen nochmal die zwei Gläser ins Spiel. Und zwar wurden die nochmal ganz genauer die Lupe genommen. Das Glas mit dem Restgetränk wurde untersucht. Und an diesem fand man nur die Fingerabdrücke von David. An dem Glas mit dem Frostschutzmittel hingegen fand man nicht einen einzigen Fingerabdruck von David. Man fand nur welche von Stacy. Sie hat das Glas wohl auch seltsam angefasst. Also ich kann euch das mal demonstrieren. Ich habe hier nur eine Schüssel. Ich habe kein Glas gerade hier. Aber sie hat das wohl von unten so festgehalten, dass es aussieht, als hätte sie es so gekippt. Und hier werden die Beamten jetzt so richtig stutzig. Die Ermittler möchten alles nochmal prüfen. Sie gehen alles nochmal durch. Und sie schauen nochmal, welche Spuren, welche Hinweise, welche Gegenstände haben wir alle an dem Tatort gesichert. Neben den beiden Gläsern haben sie auch ein Kanister gesichert. Und zwar den Kanister mit dem Frostschutzmittel. Also wo dieses drin war. Und dieser lag so halb unterm Bett. Also hat David ihn wohl scheinbar gehabt, daraus getrunken, ihn fallen lassen vor Schwäche. Er ist runtergefallen und in sein Erbrochenes. Denn David hat sich ja ziemlich viel übergeben und das auch das Bett hinunter. Doch dieser Kanister war auffällig. Denn wenn man ganz genau hinsieht, konnte man erkennen, dass der Kanister zwar in dem Erbrochenen lag, aber auf dem war nichts drauf. Also er war wie sauber oben. Obwohl es das Bett so runtergelaufen ist. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Er muss auf jeden Fall nachträglich dahin gelegt worden sein. Da sind sich die Ermittler ganz, ganz sicher. Stacey wird befragt. Und der Ermittler, der sie befragt, fragt sie, welcher Bestandteil in Frostschutzmittel lebensgefährlich ist. Stacey kann ihm diese Frage einfach direkt beantworten. Und der Ermittler ist einfach nur baff und weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Er fragt sie aber, woher sie das so weiß. Und sie erzählt ihm, dass sie mit ihrem Mann David eine True-Crime-Sendung gesehen hat im Fernsehen. Und in dieser Sendung war eine Ehefrau, die ihre Ehemänner durch Wackelpudding mit Frostschutzmittel das Leben genommen hat. Und der Ermittler war so baff. Doch es reicht nicht, um Stacey jetzt direkt festzunehmen oder so. Sie haben jetzt keine direkten Beweise. Auch wenn das schon echt eine krasse Aussage ist, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich konnte auch aus anderen Quellen entnehmen, dass sie so ein paar belastende Aussagen getroffen hat und sich auch verplappert hat in anderen Punkten. Was genau, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Aber die Ermittler waren schon so, hm, irgendwie stimmt da was nicht. Als die Befragung dann so langsam zu Ende ging, hat der Ermittler so seine Unterlagen wieder eingeräumt. Und währenddessen hat Stacey gesehen, wie er ein Foto von der Bratenspritze hat in seinen Unterlagen. Und sie fragt ihn, woher haben sie das, wieso haben sie das, was hat das mit dieser Bratenspritze auf sich. Sie will einfach alles darüber wissen und wird so richtig penetrant und so, ja, so ein bisschen wütend auch. Der Ermittler sagt, nein, machen Sie sich keine Sorgen, alles ist gut. Wir beenden jetzt heute die Befragung, gehen Sie nach Hause, aber Stacey wird richtig wütend. Also sie will es unbedingt wissen. Sie kriegt natürlich keine Antwort darauf und die Befragung ist dann auch quasi zu Ende. Aber sie hat da wirklich schon richtig Feuer hinter gesteckt, irgendwie herauszukriegen, was das auf sich hat. Warum haben sie das jetzt? Und ja, sie wirkt auch so ein bisschen verzweifelt und ängstlich. Ja, schon fast panisch. Der Ermittler hat sich Notizen von dem Ganzen gemacht. Und während der Befragung ist ihm ein sehr markantes Detail aufgefallen. Und zwar sagt Stacey nicht auf Englisch Frostschutzmittel Antifreeze, sondern sie sagt Antifree. Und das wirklich durchgehend. Sie sagt immer dieses Wort statt Freeze. Und ja, das ist ein Detail, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, denn das wird später nochmal wichtig. Fügt sich langsam ein Puzzle und die Ermittler schauen nochmal in die Vergangenheit von Stacey. Sie wollen nochmal schauen, ob sie vielleicht irgendwelche Geheimnisse von früher hat. Sie brauchen gar nicht so weit in ihre Vergangenheit zurückgehen, sondern nur in die Zeit aus ihrer ersten Ehe. Ihr Mann Michael ist ja damals auch im Alter von 38 Jahren plötzlich aufgrund von Krankheit verstorben. Damals sagten die Ärzte, es sind Herzprobleme. Doch es ist ganz klar, Michael hatte nie Herzprobleme. Es war super seltsam. Und das passt einfach wieder überhaupt nicht zu dem Gesamtbild. Damals wurde keine Abduktion durchgeführt, weil diese Entscheidung bei Stacey lag. Und Stacey als Ehefrau hat dies verweigert. Die Familie von Michael jedoch wollte, dass er untersucht wird. Sie waren richtig wütend, als das nicht passiert ist. Doch Stacey hat absolut dicht gemacht und gesagt, nein, er soll einfach nur beerdigt werden. Und so wie ihr erster Mann beerdigt wurde, sollte auch David beerdigt werden. Und zwar neben Michael. Das Grab war aber dann so aufgebaut, dass David auf der einen Seite war und Michael auf der anderen Seite. Und wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr ist, möchte sie in der Mitte der beiden beerdigt werden, um ganz nah bei ihren Männern zu sein. Die Ermittler beantragen, dass sie das Grab von Michael öffnen dürfen, um zu schauen, ob es irgendwelche Zusammenhänge gibt. Und Leute, was sie finden, erschüttert sie einfach zutiefst. Sie können feststellen, dass Michael damals auch durch Frostschutzmittel verstorben ist. Er war nicht herzkrank, er hat Frostschutzmittel getrunken. Die Beamten möchten Stacey sofort festnehmen, aber Stacey ist quasi schneller. Sie wählt den Notruf und berichtet den Beamten, dass ihre älteste Tochter Ashley ohnmächtig in ihrem Bett liegt. Ihre jüngere Tochter Brie hat Ashley gefunden. Neben ihr war Schlafmittel, ziemlich viel, also so eine leere Packung wohl und eine Flasche Wodka. Außerdem fand Brie noch einen Abschiedsbrief neben ihrer Schwester. In diesem Abschiedsbrief gesteht Ashley die Taten an ihrem Vater Michael und an ihrem Stiefvater David. Sie nimmt all die Schuld auf sich und schreibt folgende Worte. Kann es wirklich sein, dass eine damals Zwölfjährige, also sie war zwölf, wo ihr Vater Michael verstorben ist, das ihrem Vater angetan hat mit zwölf Jahren. Die Ermittler sind super schockt. Sie wollen Ashley am liebsten sofort befragen, aber es ist natürlich nicht möglich, denn diese ist super unstabil im Krankenhaus und aktuell noch überhaupt nicht ansprechbar. Sie warten, sie hoffen natürlich auch, dass Ashley überlebt und sie hat riesengroßes Glück. Sie hat einen riesengroßen Schutzengel. Ashley kann überleben. Als Ashley aufwacht, wird sie von den Ermittlern gefragt, ob sie sich an den Inhalt des Briefes erinnert, den man neben ihr gefunden hat. Und Ashley weiß gar nicht, was die Ermittler meinen. Sie erinnert sich an gar keinen Brief, also auch an keinen Inhalt, der zu irgendeinem Brief gehören soll. Sie hat niemals einen Brief geschrieben, sagt sie. Sie erinnert sich nur noch, dass sie mit ihrer Mutter etwas getrunken hat. Danach wurde alles so schwummerig. Sie ist total müde geworden. Und dann ist sie ins Bett gegangen, denn sie konnte gar nicht mehr wach bleiben und wollte einfach nur noch schlafen. Danach ist alles komplett weg. Sie hat gar keine Erinnerung an nichts. Als sie dann von den Vorwürfen gehört hat, dass sie in den Briefen geschrieben hat, sie hätte diese furchtbaren Taten begangen an ihrem Vater und an ihrem Stiefvater, streitet sie alles ab. Sie sagt, sie hat nichts damit zu tun. Und sie würde so etwas niemals schreiben, weil sie so etwas auch wirklich niemals getan hat. Der PC der Familie wird überprüft. Und zunächst kann man kein Dokument finden, was wie der Abschiedsbrief ist, den Ashley angeblich verfasst hat. Aber sie haben Glück, nach ein paar technischen Tricks kommen sie an ein Dokument, was nicht gespeichert wurde, was sich wohl auf der Festplatte noch befand. Und in diesem Dokument sind mehrere Versionen von diesem Abschiedsbrief, den Ashley geschrieben hat. Und die Ermittler schauen, von welchem Benutzerprofil dies geschrieben wurde. Diese Abschiedsbriefe wurden von dem Profil von Stacy verfasst. Außerdem fand man heraus, dass nur Stacy das Programm Word benutzt hat, jemals auf dem Computer. Und alle anderen Nutzer haben nie dieses Programm verwendet. Zudem können die Ermittler herausfinden, dass das Programm Word nur am Vormittag benutzt wurde. Und nach 14.30 gar nicht mehr, wo der Brief verfasst wurde. Das ist komisch, denn Ashley ist vormittags in der Schule und sie hatte gar keinen Zugriff auf ihren Computer, der zu Hause in ihrem Elternhaus steht. Beim genauen Hinsehen können die Ermittler in dem Brief ein ganz bestimmtes Wort wiedererkennen, welches sie sofort an eine Person erinnert. Und zwar das Wort Antifree. Ihr hattet ja den kleinen Auftrag, euch dieses Wort zu merken. Tada, hier ist es. Und zwar war es in dem Brief öfter zu lesen, obwohl man es ja eigentlich Antifree schreibt. Aber nur eine ganz bestimmte Person hat dieses Wort benutzt, statt die normale, übliche Bezeichnung. Und zwar Stacy. Das Verfahren gegen Stacy beginnt und sie schiebt weiterhin die Schuld auf ihre Tochter Ashley. Sie sagt all die Vorwürfe stimmlich, Ashley war das, ich hab das nicht gemacht. Und da haben sie den Beweis, in diesem Brief steht es doch. Sie beharrt weiterhin auf ihre Unschuld. Doch wieso nimmt eine Ehefrau ihren beiden Männern das Leben und schiebt es dann auf ihre eigene Tochter? Diese Frage versucht sich, die Staatsanwaltschaft zu beantworten und sie kommen ganz schnell auf ein Ergebnis. Und zwar Geld. Nachdem Stacys erster Ehemann Michael verstarb, bekam sie seine Lebensversicherung. Man sollte meinen, dass sie eine trauernde Ehefrau ist, beziehungsweise eine Witwe. Doch sie gab das Geld in vollen Zügen aus. Sie machten Urlaube, Disneyland. Sie fuhren ständig weg, sie hatten neue Möbel, neue Kleider. Sie hat wirklich alles gekauft, was sie sich vorher nicht leisten konnte. Und das war schon ein ganz anderer Lifestyle. Dieser Lifestyle fiel ganz besonders ihren Töchtern auf. Und ja, sie fanden das damals schon irgendwie merkwürdig, wie ihre Mutter so mit der Trauer umgeht. Dann, einige Jahre später, wiederholte sie das Ganze. Die Ehe zwischen ihr und David lief nicht mehr ganz so gut. Sie haben sich viel gestritten und er wurde lästig. Sie musste ihn loswerden, aber sie wollte weiter so gut leben. Denn ja, er verdiente ja sehr gut. Er brachte viel Geld mit nach Hause. Und diesen Lifestyle wollte sie sich auch weiter leisten können. Sie hat ihm dann Frostschutzmittel in sein Getränk gemischt. Und anschließend ist er dann eingeschlafen. Am nächsten Morgen war er ohnmächtig, aber noch am Leben. Er hat noch geatmet. Also nicht das Ergebnis, was Daisy sich gewünscht hat. Sie entschließt sich dazu, ihm weiteres Frostschutzmittel zu trinken zu geben und versucht es über ein Glas. Sie kippt das Glas so leicht. Das würde auch die Fingerabdrücke erklären, die ich euch vorhin präsentiert habe, wie sie ungefähr dann daran gekommen sein könnten. Während sie das Glas versucht hat, an seinen Mund zu kippen, das er trinkt. Doch das ist dann daneben gelaufen. Sie wollte das verhindern, ist in die Küche gegangen und hat dann die Bratenspritze geholt. In die Bratenspritze hat sie das Frostschutzmittel eingeführt und ihn dann durch den Mund zu trinken gegeben. Er war so schwach, dass er sich gar nicht mehr wehren konnte und musste dann dieses Mittel einfach runterschlucken. Nachdem sie das alles getan hat, sollte sie mehr als 200.000 Dollar bekommen und in seinem Testament wurde sein Sohn rausgenommen und nur noch sie stand drin. Und das war komisch, denn er hatte eigentlich eine sehr gute Verbindung zu seinem Sohn und ja, der fand das auch seltsam, dass sein Vater ihn jetzt ausgetragen hat. Als das Ganze so aussah, als würde es aufliegen, wollte sie die Schuld auf ihre Tochter schieben. Sie hat den Brief in ihrem Namen geschrieben und ihr heimlich Schlafmittel gegeben und dann wollte sie, dass sie einfach nur einschläft. Die Beamten sind sich einig, Stacy ist schuldig und sie bekommt eine Haftstrafe von mehr als 50 Jahren. Die Tat an ihrem ersten Ehemann wurde leider nicht berücksichtigt. Ich habe gelesen, dass es wohl daran lag, dass es schon so weit zurück lag. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Es wurde leider aber nicht berücksichtigt. Ashley hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter und sagt mit eigenen Worten, dass sie sie wirklich nur hasst. Sie kann überhaupt nicht verstehen, wie ihre eigene Mutter ihr das antun konnte. Im Juni 2016, also noch nicht ganz so lange her, hat man Stacy dann leblos in ihrer Zelle vorgefunden. Sie hatte ein Herzinfarkt und ja, das würde ich sagen, könnte man auch Karma nennen. So, meine Lieben, das war der Fall von Stacy Kester. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Ich finde diesen Fall wirklich extrem schockierend, gerade weil sie das alles auf ihre Tochter schieben wollte. Es ist so eiskalt. Wie kann man so abgebrüht sein? Ich habe dafür gar kein Verständnis. Ich kann es null nachvollziehen. Und sie hat trotzdem noch weiter auf ihre Unschuld so plädiert. Das ist so krass einfach, wie sie so überzeugt davon sein kann, dass man ihr diese Story irgendwie glaubt. Schlussendlich hat ihr niemand so wirklich geglaubt, außer ihre eigene Mutter. Das konnte ich noch aus den Quellen entnehmen. Die stand wohl immer hinter ihrer Tochter und nicht hinter ihrer Enkeltochter. Also, ich finde diesen Fall wirklich sehr, sehr krass. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ich bin wie immer sehr gespannt. Ich hoffe, mein Video zu diesem Fall hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch beim nächsten Mal nichts verpasst. Also Leute, ihr habt es gehört. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao! Bis zum nächsten Mal.